Moin moin und rein da. Abfahrt! Ja, perfekt. Das ist ja unfassbar. Das ist ne Unverschämtheit, dieses Spiel. Ich hasse das. Ich hasse das abgrundtief, dieses Spiel. Ich bin da noch draufgesprungen, ey. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr, dieses Spiel. Ja, leck mich doch am ***, Alter. Perfekt, Digga. Also, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse das abgrundtief. Aber ich bin ins Finale gekommen. Der Kreisel easygoing. Das ist noch Anfänger-Scheiß. Das kriege ja selbst ich hin. So, jetzt slapp mich hier nicht um. Ja. Und ja. Hallo, ich bin gesprungen. Ja, jetzt muss ich da nur durchkommen. So, ich versuche den jetzt in der Mitte. Das ist echt unmöglich. Wie soll man den schaffen? Das ist doch unfassbar. Halt's. Also, nö, da muss ich jetzt mitmachen. Hallo. Du wirst festgehalten. Hallo. Ein junger Dreieck. Oh mein Gott. Na, da geh ich mich nicht mal rein. Ein junger Dreiecks festhalten, oder was? Schnellbarn. Das geht auch noch klar. Aber da bin ich auch schon mal ausgerastet. Heute die ich leider nicht aufraufbar mache. Aber... Ja, Fallgeist ist manchmal auch ein Bruch. Yeah, Fallgeist. Schnelles Laufen. Boah, ich hab's da makellos durchgeschafft. Habt ihr das gesehen? Also, das ist dann wieder scheiße. Warum springt... Also, das ist wieder unlogisch. Warum bin ich da jetzt nicht durchgekommen? Schon wieder da makellos durchgeschafft. Ich bin einfach der Beste. Jetzt muss dieses Ding mir auch mal was bringen. Ja, geht doch. Oh, bin ich der Erste? Ach man, ich bin Zweiter. Egal. Haha, mit Leichtigkeit hab ich das geschafft. Wenn mich dieses Ding für ihn nicht aufgehalten hätte, dann hätte ich's auch geschafft. Oh nein, da wurde ich letztes Mal von nem Stern runtergehauen. Oh, jetzt ist da noch ne... Jetzt ist da noch ne Axt mittendrin. Als ob das nicht letztes Mal schon beschissen genug gewesen wäre, ne? Jetzt kann sich ja niemand mehr in die Mitte stellen. Das ist doch... Das ist doch... Fallgeist ist echt nur noch für Profis. Oh mein Gott. Saturn! Nein! Warum fliegt hier keiner raus? Ah! Oh mein Gott, Alter. Gott sei Dank. Oh Gott, Digga. Ja, tiefer Bruch wieder. Mit 14 Leuten. Ja, da bin ich direkt... Also, da kann ich mich jetzt schon als ausgeschieden melden. Diesmal kommen Melonen. Ja, die sind leider viel zu groß, meiner Meinung nach. Ey, nee. Ey, nee. Ey, nee. Digga. Das ist ja mal bodenlos, was das gerade war. Aber ich hab's geschafft. Finale! Let's go! Mit neun Leuten Finale. Was kommt denn da für ein Finale? Bitte jetzt nicht wieder weggehext. Was meidet den einschützenden Boden und wirf Knallbälle auf deine Gegner, um die Krone zu gewinnen? Und wie wirft man die? Warum krieg ich so... Warum... Ach, Junge. Ich krieg irgendeine Scheiße, die ich nicht kenne. Hebe die Knallbälle auf und wirf sie auf andere Bohnen. Ihr meint die Typen, ne? Die Typen sind Bohnen. Nimm den Knallball RT. Okay. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss gedrückt halten. Ah! Scheiße! Ah! Junge! Ich werf sie... Ah! Ah! Oh nein! Okay, das ist eigentlich ganz cool, das Game. Oh, zwei... Einer gegen einer. Oh, und der hat irgendwelche Probleme mit dem Boden. Oh! Okay, okay. Aber war ein cooles Minigame. Bannenkampf. Ja, da hab ich mich letztes Mal auch häufig auf die Schnauze gelegt. Kriegen wir hin. So, ja, ja. Los geht's hier. Ui! Hahaha! Geiler Flug. So. Au! Ich war da schon lange weg. Ui! 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 Ich auch noch nie. Aber ist eigentlich eines der Basic Games, ne? Hab ich noch nie gespielt? Ich weiß ungefähr, wie es geht. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ui! 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 Leck mich doch an den Nüsse, älter. Yeah! Let's go! Große Klasse hier. Als nächstes folgt. Perfektes Paar. Wer hier in der ersten Runde rausfliegt, muss echt wirklich Alzheimer haben. Es ist einer rausgeflogen. Was ein dummer Spasti. Okay, ich stelle mich lieber hier hin. Oh mein Gott, ich wäre echt falsch gewesen. Gut, dass ich der Masse hinterher gelaufen bin. Jawoll! Weiter geht's! Haha! Qualifiziert! Ach, leck meine Nüsse. Was ist denn da für eine Sch***? Ausweich, Mann. Hilfe! Ach, bitte. Lass mich das schaffen. Ich wurde bis jetzt noch nicht getroffen. Jetzt wurde ich schon getroffen. Du mieses Dreckschwein. Vierter. So kann es weitergehen. Ich werde besser. Hexrolle. So heißt das. Okay. Auf jeden Fall haben wir das als Finale. Ja, gleich fliege ich raus. Warum geht der denn nicht nach vorne? Ich drücke die ganze Zeit nach vorne. Spartan im Herzen. Ja, das bin ich auch manchmal. Boah, Junge. Warum geht der nicht nach oben? Ich drücke die ganze Zeit nach oben. Er geht zur Seite. Was ist das für ein dummer Spasti? Da gehe ich einfach direkt raus. Beenden. Schmutz-Game.